Geht ab Leute, hier genau auf 0,0 nochmal Bücher gekriegt. Gucken wir uns den Schrott mal an, was hier kommt. Lesbo. Was sieht der da noch auf hier? Beste vom Besten gekriegt. Guck, warum nicht mal da oben, für 80 Euro nebenbei, wenn schon so wieder nix kommt von den Buchstaben her. Guck, warum nicht mal da oben, für 80 Euro nebenbei, wenn schon so wieder nix kommt von den Buchstaben her. Ja, da kann es schon wieder froh sein, 1x4, kann es schon wieder 4 klatschen. Krimine, Krimine, Krimine und Krimine, Krimine und Krimine. Und drüber den Sack. Achja, kann doch schon sein. Ich glaube der geht jetzt noch mal rein. Wenn nicht hier, dann die 10 Euro beim anderen Book-Off-Rab. Ich habe auch schon gefühlte 700 Jahre nicht mehr gesehen, so eine volle Reihe hier. Ist ja immer nur am Betteln, je nach Büchern, damit man überhaupt mal irgendwas bekommt. Ich habe auch schon Tok-Off. Ich buche die 3 Stunden im einen Raum an. Ich komme zum Denkstürben. Ich komme zum Denkstürben. Ich komme mit sordern an. Ich komme zum Denkstürben. Ich bin glücklich und meine Mutter mit dem cutten. Ich komme zu den Kiateière und dem Motto. Ich komme zum Denkstürben. Ich bin die Wagen angekommen. Leute, was sind wir da noch zu sagen? Deswegen kommentiere ich nicht. Aber ich habe ja gesagt, der geht noch mal rein. Aber manchmal ist es mir auch zu doof, irgendwas zu sagen, ganz ehrlich. Wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Sonst hätte er mal so mit 160 Stunden reingehen können. Aber jetzt kommt erst mal Statue. Ja klar, logisch kommt die, habe ich doch gesagt. Immer noch gleiche wie früher. Wenn er mit Kombination mit K reingeht, kommt Statue, gibt er Kombination mit Statue, so drei Stück, dann kommt K als Symbol. Das ist nicht mehr normal, aber ja gut. Verlängerung jetzt. Mal wenigstens einmal drei geben. Ein bisschen Spiegel. Die dreckigen Zweier, da hat man noch nichts von. Oben kleben geblieben, der Arsch. Ja, gute Bezahlung. Kann ich auch direkt mit 10 Cent spielen. Ist besser. Dann freut man sich ja noch so für 10, 12 Euro. Aber mit 40 Cent, weiß ich nicht. Da müsste gleich noch mal reingehen. Also ich habe das so hier im Feeling. Und sich auch ehrlich zu sagen, nicht höher zu stellen. Das stellt sie jetzt direkt hoch so, was weiß ich oder höher. 60, 80, keine Ahnung. Dann siehst du auch wieder ja nichts mehr. Und bist wieder am Buchen wie so ein Spinner. Deswegen eigentlich wollte ich das eben nur abgespielt haben, aber weil ich jetzt da genau auf 0 Cent Spiele gekriegt habe. Ich wollte ein anderes Gerät gehen. Komm, du komm mal. Und rein da. So, bei 10 Euro gehen wir andere Bücher rein. Ich glaube, da geht er rein. So dreckige Reihen da, ey. Ja Leute, guckt euch den Drecksack hier an. Der hat einige Leute schon einige Tausend und zig Tausend gekostet. Weil die Leute immer wieder denken, der kommt. Der kommt auch. Aber irgendwann. Und auch bei anderen Leuten. So, haben wir das schmutzige Spiel hier gewechselt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt ein Gefühl, dass das hier reingeht. Mal um, weiß keine Sau. Kann aber auch natürlich ein ganz falsches Gefühl sein. Das hier schon mal. Ah, der könnte ja nicht sein. Ja, ich kann doch nicht so viel labern Leute oder sonst was. Neben mir sitzt auch jemand, der denkt, ich habe einen an der Waffel oder so, aber hallo nicht vergessen. Wenn ich nicht viel labere, hat das immer schon seinen Grund. Ja man, täuschen wie so ein Spastiergang. Geht da nicht rein, man. So, jetzt aber. Ey, Mann, drei Malung kommt nicht, ja. Schmutziger Hund, ganz ähnlich Leute. Ja Leute, ich mach den Part auch mal dicht hier. Ich guck mal, muss mal andere Kisten laden. Ne, das ist ja, ne wieder Katastrophe. Haut rein, Mann. Ja.